ein fröhliches miau am herzgekommen zu einer neuen folge mit games tycoon und ich musste ganz kurz meine maus suchen denn ich habe sie verloren hallo danke dachte mir wer mit spiel ist auch mit spiel was was warum nordkorea wer hat nordkorea hier ihr wir sind hier alles klar es gibt neue features neue neue features also ich glaube hier hat sich noch immer nichts getan ich prüfe das mal ganz kurz hier in der werkstatt nein geht nicht was dafür zugekommen ist ist man kann jetzt ein spin-off erstellen ein spin-off dafür ist ein spin-off profitiert vom erfolg der hauptreihe der halbbonus ist nicht ganz so hoch wie der wie bei einer fortsetzung dafür ist es möglich unbegrenzt spin-offs zu erstellen das hauptgenre zu ändern okay keine ahnung wir müssen mal ganz kurze masse machen was du machst du machst du leute make me make me make me make me make me make me spin-off wurde freigeschalten ja halleluja so halleluja ich will es spin-off spin-off spieler ruhe die spin-off und spin-off spieler 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 auf okay macht sie ein spin-off hm 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 1, Kapitel 1, die Reise heißt das Spin-Off das Spin-Off ist, äh, nennen wir viel besser wer will ich mag den Namen, ich mag die Danger-Side-Story nicht so, die ist auch nicht so wohl 17 Millionen für so ein Danger-Side-Story-Programm ja verteilt ihr vom neuen Spiel, vom neuen Spiel neue geile Reihe, hier zack, die Buben cooler Name ne, selbe Kaddi, 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 Kaddi Kaddi, 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 Kaddi oder, ich will kurz, ich will halt bin mir nicht so sicher, was ich machen muss ne, wir bleiben bei der Danger-Side-Story wir bleiben bei der Danger-Side-Story vom Namen wir müssen aber unbedingt mal ein bisschen Fast in the Furiest ne, ein bisschen Fast in the Furiest ein bisschen Bam 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 und ein bisschen Hust 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 vor allem hier ihr seid noch am Entwickeln jawohl ihr seid am Däumchen drehen Mitarbeiter, wie sieht's aus? Halleluja ich glaub mein Schwein ich dachte wir hätten gute Mitarbeiter ah, keiner kann was wir können wirklich alle nichts hier, ist hässlich ich verstehe das gar nicht warum du das langweilig findest weil du das langweilig findest und ich will ein bisschen hier verorscht vorkommen gibt's neue Sachen hier so von den Dingern mir gibt nur einen Teppich Chris von mir brandneuen Teppich Deppisch gibt es. Von mir gibt es immer einen Deppisch. Ich bin ja hier Spindabel. Ihr kriegt von mir alle. Und weil ich mitbekommen habe, gibt es neue Maschinen. Ich habe mitbekommen, gibt es neue Maschinen. Bin mir da nicht sicher. Produktion. Jawohl. Was ist der Unterschied? Weg. Was ist der Unterschied? Das ist noch nicht frei. So war es jetzt der Unterschied. Produktion. Kannst du Spiele produzieren lassen. Damit kannst du Spiele produzieren lassen. Aber wo ist denn der Unterschied? Zwischen hiermit kannst du Spiele produzieren lassen. Und hiermit kannst du Spiele produzieren lassen. Egal. So Leute. Wie sieht das aus hier? Können sie, kommen sie rum? Schauen sie es. Hier. Wir müssen die Bugfixing Abteilung machen. Wir müssen die 400 Bugs wegklappen. Ich erwarte Bugfixing. Und zwar Prontos. Hat mir jemand mal gesagt. Fans sind begeistert. Begeistert bin ich. Ich bin ja begeistert. So. Grafik. Bist du Grafik? Du bist Graf. Bist aber absolut Katastrophal. Du bist fast fertig, wenn die Grafik geil wäre. So. Du bist Kacke. Kannst aber Musik. Du kannst programmieren. Du kannst ja nichts. Ja doch. Nee, eigentlich nicht. So, sie ist Kacke. Will ich nicht. Will ich nicht. Will ich gar nicht. Kann ich nicht gebrauchen. Wir haben keinen guten Mitarbeiter aktuell. Sind alle irgendwie in der Schule und stecken da noch fest. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Wir brauchen neue, neue Dinger hier. Graf. Es gibt jetzt noch nie mal Game Designer. Nö. Hardware und nur. Ah, jawohl. Und wie klar. Wat? Komm, ihr Name. Wo bist ihr Chef? Chef of the Music. Hier, herzlichen Glückwunsch. Sing Halleluja. Del, 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 del. Bam, bam. Man gibt es jetzt schon den 4, oder wat? Ist das schon der 4? Ist das noch der 3? Ja, ich glaube, das ist der 3, oder? Ja, ist das, ne, ist schon der 4, oder? Ist schon der 4, ist schon der 4. Ist schon der 4. Sorry, mein Fehler. So, ihr findet das alles hier so trostlos, habe ich gehört. Das verstehe ich nicht. Deswegen gibt es jetzt eine Flatsche, neue Teppiche. Teppich, ich bin ja nett. Gib ein Teppich. Bitteschön. Ja. Aber mehr auch nicht. 1, 2, 3. Teppich reichen, aber hier wohl für dieses Gebäude. So, wie enttäuscht. Spiel doch hier nicht der Teppichmann. Ja doch. Teppichmann. Eil zur Rettung. Ich bin doch der Teppichmann. Äh, ich hab's verstanden. Ich bin der Teppichmann, Leute. Ich hab's ja verstanden. Müsst mich nicht anschreien. Ich hab's verstanden. Teppichmann. Dadam, dadam. Badadada. Teppichmann. Polishing. Tidip, tim. Polishing. La, 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 la. Grafik. Gibt's ein Grafik? Game Designer gibt's noch immer nicht. Programmiert, wo wir am Programmierer U. Sehr ganz willkommen. Hallo, Drier. Hallo, Drier. Grafik-Design. Nachher herzlichen Glückwunsch. Haben wir noch Musik hier. Nein, nur Grafik. Hallo, Drier. Einstellen. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. So, hier ist alles aktiv. Alles wurde eingeworfen. Ab die Kiste. Gib Gas. What? What the fuck? Was dat denn hier? Hula, die. Hula, la. Hula, la, 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 la. So. Hula, Drier. Wie sieht das aus? Gib Gummi. Hula, Drier. Hula, Drier. Butz, butz, butz. Zack, zack, zack. Hier. Hop, hop. Hup, hup. Hup, hup. Habe ich gesagt. Hop, hop. Ihr seid echt lahm. Ihr seid mir alle Krücken hier. Ich werde bekloppt. Mitarbeiter, ich brauche Mitarbeiter, Mitarbeiter, die Fähigkeit haben, die mir auch helfen. Hier, Gamedesign. Jawohl, herzlich willkommen in der Abteilung. Hier ist Gamedesign wichtig, ne? Häh, ähm. Schlecht. Vier, alles gut. Vier kriege ich noch runter. Dann sollen die sich hier in diesen Scheißraum setzen. Ups. 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 Huch. Blöd. Echt blöd. Da war jetzt wirklich nicht meine Absicht. Huch. Es war jetzt ohne hier ohne Flachs und ohne Spaß. Das habe ich wirklich nicht vor. Passiert. Egal. Müssen wir halt mit denen klarkommen. Gibt es denn hier keine Bilder? Doch, da. Kunst. Kunst. Fertig. Seid glücklich. Macht Bug. Haut die Bug raus. Macht die Bugs weg. Macht Buggy Buggy Buggy. Wum Wum Wum. Hier wird aber das heißt Game Testing. Nicht Grafik. Game Testing. Ist auch kein Fähigkeit. Kein Personal mit Fähigkeiten fahren. Was soll denn das? Ich bin langsam echt enttäuscht, wie wenig Fähigkeiten hier irgendwelche Personalmitglieder haben. Ja, ich kann auch gleich die Server ausschauen, ehrlich gesagt. Bei diesen, bei diesen. Oh Gott. Leute. Ach, neue Woche. Neue Woche. Neue Glück. Game Testing. Na, gibt es hier irgendwelche Leute fähigkeitstechnisch? Ja, ne. Ja, ne, ne, eher nicht. Eher nicht. Hätte ich jetzt gesagt. Mach mal kurz hier die Flasche auf. Ne, auf diesen Schock. Möhm mal kurz was trinken. Einen Augenblick. Ah, das war gut. Also, der Schock hat gezeigt. Oh Gott. Wir müssen unbedingt Hilfe machen. Aha. Okay. Das hat echt gute Gewinne gemacht. Das heißt, da muss unbedingt bald ein Nachfolger-Titelchen her. Da muss ein Nachfolger her. Oh, hier schäumt gerade. Mein Bier schäumt. Leute. Nö. Nö. Die Technikfortschritt ist da. Ich habe auch nichts gehört. Ich habe nichts gehört. so tut er was so tut er was machen wir ein klick brot haben das war kurz die preuze schenken macht noch plus will immer sagen so er ist erstes plättchen erstes ding für den raum hier muss ja auch die gurien 3 quinnstech support ja mitte wurde sound leute ist es sound ist es sound ojojojojojojojojoj herzlich willkommen ich sehe auch vielleicht noch grafik dem testing ok schade drei zwei eins fortsetzen ihr könnt mal kurz abbrechen ja ich müsste mal kurz zu den anderen sollten beim fixen helfen hier fix da war mit fix 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 ihr schafft das hier ihr zwei fixer schafft das zusammen ihr fix mit kommt wir fixen zusammen wir fixen zusammen leute wir fixen zusammen wie sieht das aus können wir zusammen fixen wir fixen das jawohl was sagt die kampagne 6 bis 8 bin enttäuscht marketing kampagne für konstruktor hier vor presse wurz die bumm messe schon ja herzlichen glückwunsch ich begrüße sie sich begrüße sie begrüße sie begrüße konstruktor ja und ja wohl bitteschön oder was ist neuer dezember oder mai nein nein nehmt sind wutz das herzlichen glückwunsch für das so hopp 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 fix 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 buch 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 debugging 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 leute immer schön debuggen nie vergessen das debug nicht vergessen efforts ist ehrlich gesagt sehr schön buck 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 weg 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 hier leute zack zack nicht guter titel nicht guter titel hier nicht guter titel gar nicht guter titel wahrscheinlich schon zu alt ne der konstruktor das ist halt das problem da ich ja schon so lange am arbeiten dran bin amitaktik schallplatte was sagt der bericht 70 bis 90 ja ja was 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 fix 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 warum bist du gelangweilig bin ich bin enttäuscht ich bin enttäuscht brauchst du ne pflanze fehlt der etwa ne kaw-maschine dir fehlt ne kaw-maschine die nicht fehlt der pflanze fehlt ihr bild dir fehlt ein bild ihr habt es doch geahnt dir fehlt ein rät ein ellion bild ne ja muss man kennt ich kenne halt meine mitarbeiter ich kenne halt meine mitarbeiter ja ich kenne halt meine mitarbeiter jawohl das toll was das mhm rollenspiel adventure alles klar wie sieht das hier äh 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 fans technisch aus ich bin rollenspiel hersteller so krass warum lieben wir meine fans warum was ok 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 hm wo kann man denn hier gucken trends trende hoch mein fehler marktforschung ich bin halt interessiert ob es mittlerweile hinzugefügt wurde nach schade schade geringer aus ich mach das noch auf 5 auf 5 15 25 komm wo sind die 25 zeig mir die 25 komm zeig mir die 25 komm zeig mir die 25 zeig mir die 25 zeig mir doch die 25 zeig mir die 25 25. Wo sind die 25? Wo sind die 25? Komm, präsentier sie mir. Präsentier sie mir. Hol noch Mitarbeiter. Stell noch Mitarbeiter an. Hier, Game Testing. Halleluja, wir haben Game Tester. Wurde auch mal Zeit. Grafik. Nein, Musik. Jawohl, jetzt sind zwei Musiker. Leck mich. Bitteschön. Wie sieht das aus? Acht. Komm, noch eine Woche, noch eine Woche, noch eine Woche. Spiel ist alle. Warum ist dieses Spiel alle? Weil das Spiel nicht nachproduziert wird. Automatisch. Alles klar. Aufgabe abbrechen. Okay. Dann, weiß nicht. Wie viel machen wir denn noch? Hier nochmal, mach mal 40. Und hier machst du nochmal. Hier schrauben wir nochmal ordentlich auf. Hier gehen wir nochmal 2. 2,60. Hab Bock. Go. Hier viel Spaß. Ja. Genau. Bitteschön. Schön drucken. Druck, Druck, Druck. Würde ich sagen. Nicht... Druck machen, ne? Bittesch... 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 Bitteschka, Bitteschka, Bitteschka. So 70 bis 90. Würde sagen, das muss reichen. Entwicklung abschließen. Ja. Selbst vertreiben. Schwarz-Weiß. Richtig Geld. Gib mir 3. Gib mir die 4. Dafür kriegst du bei der Collectors ne geile Dings. Und bei der Standard Edition ne geile Karte. Kriegst du einfach so von mir ne geile Karte. Einfach so ne geile Karte. Ne. Ne auf, ein Poster kriegst du von mir. Kriegst du von mir ein Poster, ein geiles Poster. Spinn halt nett. Gibt es von mir ein geiles Poster. Wie viele Wochen warten wir? Wir werden da 4 Wochen müssen wohl warten. Ne. Hier. 6. 5. Was sagst du? 6 Dollar. Finde ich gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Wuhuuu. 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 Der neueste Teil der Reihe lohnt. Das Spielprinzip zeigt kaum Schwächen und die Handlung ist auf einem hohen Niveau. Die Grafiken sind atemberaubend schön. Hier haben die Grafiker gezaunt. Bombastische Soundmusik, Effekte und tolle Musik untermalender Spiegelzene. Ein Wort zur Steuerung. Perfekt. Neben den vielen Stärken ist die Karre, Karman, was? Ihr wisst schon, ist, ist es die charmante, charmante Inszenierung, die das Spiel so großartig macht. 78. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. So, ne, da, da werden wir noch ein bisschen hier, da müssen wir hier ein Update wohl mit rausbringen hier für, für das Spiel, für das Spiel brauchen wir ein Update, 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 Update. Und ups. So, was sagt's? Nix neu, alles gut. Druck, 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 sag ich hier, hopp, hopp. Wir haben Bestellungen, siehst du. Hier sind Bestellungen. Leute, das Spiel wird bestellt, wir brauchen Platten. Huch die Dunger. Huch, hopp, 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 hopp. Ein bisschen Bewegung, Männer, ein bisschen Bewegung. Drei. Fertig, geh. Hier, 100. 100. 100. 100. Ach, macht 90. Und hier, 40. Ein. 50. Bitteschön. Was sagt die Marktforschung? Marktforschung. Der Zielgruppen spielen regelmäßig. Was, 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 okay. Spielen regelmäßig. Regelmäßig, ja, ja, regelmäßig tue ich auch spielen. Schau, wie hier. Das Problem ist, man kann, egal, was ich hier, zack. Kein Ding, kein Dies, Mama hier. Ich klicke einfach nur, ja, kein, keine Partik. Werden wir nicht machen, aber man kann leider hier Spielautomaten. Kann man nicht erwerben. Die Dev, warte, ich kann jetzt mittlerweile Dev Kids kaufen. So, ich habe jetzt Dev Kids erwerbe. Hier siehst du. Geht nicht. Geht nicht. Hier, geht nicht. Spanisch, keine Ahnung. So, eins. Bums, fertig. Und siehst du, Main Plattform. Geht nicht. Kann nicht. Das ist der Bug. Joa. Spook. Bug of the Bugs. Mann, 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 Mann. Hier, Mun, Mun. Min, Mann, Mun, Leute. Min, Mann, Mun, hier. Min, Mann, Mun, Leute. Min, Mann, Mun, hier. Watt, watt, wie sieht er da aus hier für Nordkorea? Wird Nordkorea der nächste Hit of the Hits of the Bits? Hits, beach, sheets. Bug, 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 weg, weg, weg. Hier, macht die Bugs weg. Patch die Bugs, baby. Patch sie, patch sie, patch sie. Ich hab keinen Bock. Wir müssen raus. Wie jetzt sagt der Bericht? 70 bis 90. Reicht. Tschüss. Selbstvertrauen. Bitteschön. Bums. Kann ich nicht. Alles klar. Drei Wochen. Halleluja. Komm. Ja, macht, macht. Drei Wochen. Halleluja. Sing Halleluja. So, Leute. So, 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 so. Bug, patchen. Nein, ihr müsst doch. Nein, ihr müsst nicht. Ihr müsst nichts patchen. Ihr müsst. Engines. Alte Up-Crain. Welche Crane wir denn up? Welche müssen, welchen, was für ein Spiel will ich denn machen? Ich will neue da eigentlich. Neue Engine. Neue, habe ich gesagt. Für. Alles. Alles, alles, alles. Spezial Genre. Interaktiv. Visual. Mach mal einen guten Preis. Price is nice. Mach mal hier volle Kanüle. Volle Kanüle. Spezial. Hier hast du. Bitteschön. Da. Tiger. Story. Games. Steiger. Story. Schema. Das Tiger Story. Schema. 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 Ah, hier ist noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar kleine Druckauflagenprobleme, würde ich sagen. Ein paar kleine Auflagenprobleme, würde ich tippen. Ein paar kleine Auflagen. Das wird kritisch, Leute. Das wird kritisch. Das wird knapp. Hallo. Das ist knapp. Ich brauche einen neuen Drucker. Ich brauche einen neuen Drucker. Ich brauche einen neuen Drucker, Leute. Drucker, Drucker, Drucker. Ich muss besser drucken. Die Produktion braucht die bessere Maschine hier. Wutz. Wutz. Und. Schwupp. Und. Schwupp. Ich kriege. Ich kaufe mir jetzt einfach, schaff mir jetzt einfach geile Drucker an. Einfach einen geilen Drucker. Muss man sich mal schon leisten. Zack. 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 Geile Drucker. Geile Drucker. Geile Drucker. Gucken wir mal, was das hier für geile Drucker sind. Geile Drucker. Geile Drucker. Not Korea auch. Nee, 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 nee. So. So. Nee, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. So. Und hier schraubst du mal ein bisschen die Erwartung runter. Vula. Vula. Bitteschön. Wutz. So einfach. Ja. Ja. Was sagt ihr, Leute? Ist kein Lagerplatz verfügbar. Ist mir egal. Macht sich. Ist gleich leer. Ich schwör. Sieße. Sehr schön. Problem gelöst, würde ich sagen. Ne Problem gelöst. Update. 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 Und damit, würde ich sagen. Mit diesem tollen Update. Würde ich sagen. Verabschieden wir uns für diese tolle Update Folge. Bei Mad Games Psycho 2. Damit noch wunderschön. 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 Morgen war noch ein nächstes Video. Sieht nicht, wie das Spiel spielt. Sondern da. Wie das Video. Blablabla. Und damit noch. Tschüss. Und. Miau. Uuuu. 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 Uuuu.